Warum eigentlich? Warum bin ich jetzt hier reingegangen? Ich hab keine Ahnung. So, Lollis hab ich noch alle. Ja, die kann ich mir nicht leisten. Die Erweiterung. Total toll. Ein Klick. Na ja, na ja, na ja. Wobei, ich mach... äh, ne. Ich bin ja fast tot. Ach du Schande, hab ich jetzt nicht so schnell gesehen. Ich hatte nur noch zwei Lollis und eine anderthalb. Muss ich gleich sofort als nächstes einen Lolli nehmen. Ach ja, ach ja. Boah, dieser Ladebildschirm, der ist einfach doof. Hab ich das schon mal erwähnt, dass ich diesen Ladebildschirm... Hallo? Was war das denn jetzt? Happy birthday, Julia! Ah, ich hab einen Hohen. Ah. Hm, jetzt spuckt er wieder einen aus. Ach so, ich versuch gleich mal mit Schießen. Okay, das hilft auch nicht. Scheiße. Scheiße. Ich hab einen Hohen. Oh, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Es ist zu stark. Ah! Ah! Oh! Ah! 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 Ich bin noch nicht so ganz im Tage dran, was ich jetzt machen muss. Ich muss irgendwo drauf schießen, ich weiß nur nicht wo drauf. Achso Augen, wer sagt das da? Okay, jetzt hab ich ihm mal endlich was abziehen können. Er labert die ganze Zeit von äh, Strawberry-Lollipops. Na? Ja, ich bin dabei! Immer so schön in die Hand am Sägen. Ich hab keine Muni mehr! Ich hab keine Muni mehr! Ach, halt den Mund. Oh, fällt auf, einem Loli nehmen wir. Oh Gott, ich glaub, die kann ich nicht besiegen. Nein! Sag ihm die Zähne aus! Oh Gott. Bäh! Schön im Mund rumgesägt. Ach, du Schande. Was jetzt? Oh, du Scheiße. Ich muss ja die Hände kaputt machen. Oh, ich hab ihm einen Finger abgesäbelt. Jiiiih! Der kommt aber wieder. Okay, die Finger bringen wohl irgendwie nichts, weil... Ach, du Schande. Das ist nicht so schön. Vielen! Hui! Der ist er wieder! Ich hab noch nicht so ganz gecheckt, was ich machen muss. Super. Jetzt geben wir doch die Lollis aus. Shit. Das kann's doch nicht sein. Ganz ehrlich. Oder das geht so schwer. Das kann natürlich auch sein. Schnell auf die andere Seite. Haha. Du bist so sexy da. Niktos! Ja! 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 Jee! Ey. Bitte lasst das Verstärkung sein. Oh, das ist ja auch nicht. Oh, Matsch! Oh, Matsch! Na? Mein Gott. Mist, ich hab fast keine Lollis mehr. Nein. Ja, was sagst du so leicht? Ja, was sagst du so leicht? Snip-snap-finger. Was gibt's denn denn hier? Er hat nicht mehr viel Energie, aber ich hab auch wieder keine Lollis und so langsam fehlen mir... Obwohl, ich hab noch zwei Nix-Sitz. Eins musste ich vielleicht mal dafür nutzen, dass, äh... ... Oei oei oi oei. Oh no no no. So, komm, zurück. Au. Mist, komm, steh auf. Komm, paar Schellenchen. Mist, 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 mist. Komm schon. R2, 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 R2. R2, R2, R3, R3, R3. Nein! Ach, nö, ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ah, Mist. Ich war so nah dran. Jetzt muss ich alles von vorne machen. Ja gut, dann beende ich diesen Part an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Failing hat euch ein wenig erfreut. Dann könnt ihr euch auch bitte den nächsten Part angucken, in dem ich vielleicht ein bisschen weniger fehlen werde. Fehlen werde vor allen Dingen. Ja, sag ich einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss! Jungs. Tschüss. Jungs.